Willkommen liebe Leute, wir werden uns jetzt anschauen, wie die Altersbeschränkung App funktioniert, wie man das auf der Nintendo Switch einstellt und was man damit so machen kann. Und das ist auch das letzte Video, bevor es dann mit dem Spiel losgeht, in dem Fall mit The Last of Zelda, Breath of the Wild und dieses wird es dann, ja das wird das nächste Video sein, was kommt. So, wir gehen in die Einstellung, um das einzustellen und damit fangen wir jetzt an. Also wir gehen als erstes in die Einstellung auf der Switch, links seht ihr die Switch, restet sich mein Handy, da öffnen wir die App und als erstes müssen wir die App mit dem Smartphone verbinden. Dafür klicken wir auf der App auf, weiter und bei der Switch haben wir darauf geklickt, dass wir die Nintendo Switch mit dem Smartgerät verbinden wollen. Und dazu, das läuft über einen Code, der auf dem Handy eingezeichnet wird und diesen Code muss man auf der Nintendo Switch eingeben. Dies haben wir jetzt gemacht, jetzt dauert es kurz. Und dann solltet ihr die Konsolen und Optimals mit dem Handy verbinden, wir gehen auf Verknüpfen und so hat sich das Handy mit der Nintendo Switch verbunden. Und wir müssen jetzt aufs Handy schauen, denn da können wir die ganzen Einstellungen vornehmen. Oder könnten wir die vornehmen, das ist jetzt vielleicht für Eltern mehr interessant, wie lange die Kinder spielen dürfen etc. Was für uns oder für alle, wie das eher interessant ist, sind die Statistiken, denn auch diese kann man über die App einsehen. Dazu kommen wir jetzt. So, welcome, hier steht starten. Wir starten das Ganze natürlich auch und sind im Menü drin. Ja, hier haben wir den ersten Reiter, Spieldauer, da kommen wir sehen, wie lang, ja, was wir letztes gespielt haben, sprichst du eine Art Statistik. Aber was für uns jetzt mehr interessant ist, da kann man auswählen, wer das sind die Switch-Konsolen, da oben im Rest sind die Einstellungen, da gibt es halt die sonstigen Einstellungen. Aber wenn wir jetzt einstellen möchten, wie lange wir spielen, das geht über den ganzen Restenreiter. Da haben wir den Punkt Spieldauer und da kann man einstellen, zum Beispiel, dass man Spieldauer für jeden Tag individuell einstellt. Da kann man zum Beispiel sagen, am Montag spielen wir mal eine halbe Stunde, keine Ahnung, random irgendwas überlegt. Und am Sonntag zum Beispiel spielen wir mal eine Stunde. So, ne? Bis zu sechs Stunden geht, wie man hier sehen kann, aber wir sind streng, dass unser Kind nur eine Stunde spielen. Und wir sind noch strenger und gehen sogar auf Software pausieren. Dies hat den Vorteil, wenn das Kind auch nur eine Minute über, also direkt, wenn die Stunde vorbei ist, oder in dem Fall die halbe Stunde am Montag, die Stunde am Sonntag, kommt sofort zweiter Bildschirm, die Konsole haltet es aus. Das würde aber auch heißen, dass die Spicedaten weg sind. Das machen wir aber nicht, denn das wollen wir nicht. Ähm. Denn das war nur vom Vorzeigen. Ja, hier kann man eben noch einstellen, ob wir Jugend, Lest, Kind, was, weiß der Geier was sind. Auch dies lassen wir so, wie es ist. Das passt vollkommen. Ähm. Und bei Geheimzahlen kann man noch eine Geheimzahl einstellen. Das stelle ich eine neue ein. Weil es 4, 2, 3, 1 weißes Sand ist. Ist ein C-Side, Missus 2002. Die kann ich dir so zeigen, das ist mir recht egal. Ihr kennt die Zahl auch aus Platoon vielleicht. Ja, das war, liebe Leute, das war die App. Kurz erklärt, wie das Ganze funktioniert. Das nächste Video, was kommen wird, ist schon der erste Part von The Legend of Zelda. Press auf The Wild, darauf konntet ihr euch mal freuen. Ich bedanke mich für das Zuschauen von dem Video. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut und ciao.